So, begrüße ich euch natürlich zu einer weiteren Runde von TFT, Teamfight Tactics Season 3. Mal gucken, wie das hier wird. Ich bin absolut nicht in Teamfight Tactics, beziehungsweise in der Season 3 hier. Bin ich absolut nicht vorhanden, Freunde. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wird wahrscheinlich irgendein riesen Fail werden hier. Aber gucken wir mal, Stargarden, Freunde. Wir machen uns heute Stargarden Sorcerer. Ich habe vergessen, dass das ja nicht geht mit Panicam und... ...und den Einblenden von dem Dingens... ...von den Item hat. Naja, gut. Man kann nicht alles... ...alles haben. Wow! Also, eigentlich wollte ich ja den Hut hier ändern unten, aber es geht halt nicht. Klar, wenn ich hier das ändere, dann ja, aber... ...müsste ich jetzt nicht. Egal. ...müsste ich mal zu leben mit. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Also, da ja. Ja, ich sag mal, ist jetzt nicht so das beste Item auf dem Dicker. Ne? Aber willst du machen? Guck mal. Guck mal eben hier... ...Gegenstände. Oh Gott, anscheinend funktioniert Blitz jetzt auch nicht so richtig gut. Okay. Ich habe eine 0%ige Top 4 Rate. Kommt daher, dass ich halt wie gesagt nicht so das Glück hatte. Auf meiner Seite. Sag ich mal. Hier ist hier ist Sosra. Mit Star Guardian. Also Sosra werde ich dann hoffentlich auch einhauen. Ich werde dann versuchen, die Poppy-Tanky zu machen. Und damit ich dann wenigstens eine Frontline habe. Zack. Okay. Hier natürlich auf, ähm, wir müssen natürlich darauf achten, noch ein bisschen auf Sparmodus zu gehen. Das ist nämlich wichtig. Da fehlt uns noch... Ach, ne, Nico haben wir gar nicht. Ach, das ist Zoe. Sorry. Da fehlt uns noch, ähm... Sondra. Und Sondra. Sondra. Und Neko. Haben mich auch umspannt. Okay. Star Guardian... Ne, der Sosra Buff, der kommt auf jeden Fall schon ein kleines bisschen durch. Was sehr gut ist. Müssen wir halt nur noch gucken, äh... Ob wir das vermehren können. Ja, guck mal. Per-fekt. Würde ich da mal behaupten, ne? Also, der gibt ja ein Schild, ne? Ja. 75er Schild mit 315... Quartowage auch. Boah. Uiuiui. Aber ist in Ordnung. Das ist gut, dass wir verloren haben. Können wir uns nämlich jetzt... genau... das holen. muss ich leider verkaufen. Ähm... weil ich das Item dringender brauche. Hoffentlich ist das aber jetzt... äh... kein Schuss in den Ofen. Wäre blöd. Gibt's noch ein Twisted Fate. Also wie gesagt, ich gehe auf Sorcerer. Also wie gesagt, ich gehe auf Sorcerer. Muss natürlich jetzt sie mit reintun. Ja, jetzt wird's langsam schon kritisch. Frontline habe ich natürlich nicht. Das ist das... blöde halt. Okay. Das ist nicht schlecht. Dark Cosmic. Hm, hm, hm. Dark Cosmic. Okay, anscheinend können wir den hier auch reintun. Okay, so langsam sollten wir dann auf Sparmodus gehen. So langsam. Oh, die Poppy. Gute Idee, die Tiki zu machen. Kommt ein Schild. Knapp 500. Macht aber auch Damage. 245. Ist gut. Ist halt wegen uns was, oder? Ja, okay. Als ob ich einen verkackten Spatula bekommen habe. Das ist ein Scherz, oder? Wo habe ich den denn? Ich habe fünf... Ne, doch. Zwei, vier... Wieso habe ich denn ein Force of Notion? Wait, what? Was ist das? Spatula. Jetzt kann ich natürlich nicht nachgucken, was der Spatula alles kann. Aber es wäre natürlich ziemlich, ziemlich Premium, wenn ich den... Kann ich den Star Guardian machen? Ah, Star 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 ist halt übelst wichtig, ne? Irgendeiner ist kein Star Star Star. Ach, die ist kein Star Star Star. Okay. Ich glaube, mit ner Träne wird dann ein Star 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 draußen. Alter, dieser Darius. Ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Wird zu übertrieben, der Junge. Guck mal, jetzt kann ich's sehen. Sorcerer. Hier. Ne, ich brüchte schon mal eine Sorcerer. Gibt's kein Sorcerer mehr? Lol. Krass. Es gibt kein Sorcerer mehr? Oder bin ich jetzt blöd? Ich glaub, ich bin einfach grad nur ein bisschen dämlich. Na gut. Ja, Leute. Ist okay. Boah. Da kommt dann Suraka und Neko. Suraka und Neko. Gehe ich aber eher aufs Oraka. Schwuppdi-dupp. Zwar auch sie hat jetzt kein Premium-Item drauf, aber... Das klappt schon. Das klappt schon. Jetzt ist die Frage. Valkos rein? Oder Soraka? Trine für Sechser-Star-Guardien? Und da findet mir Neko. Geh ich um... Ich geh mal für den Sechser. Ja. Wow. Also... Der Heal war... Crazy. Okay. Ich muss... Ich muss so schnell wie es geht... Noch ein Upgraden. So schnell wie es geht. So schnell wie es geht. Okay, der Valkos macht... Hammerkassenschaden. Der Valkos macht... 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 Der Valkos bleibt... Kein... Saucerab mehr. Krass. Das ist krass, das wusste ich nicht. Crazy. Nee. Nein. Okay. Haben wir hier noch ne Lux? Wir haben hier noch ne Lux. Selex auf 2? Nein, sehr gut. Das brauch ich nämlich jetzt. Knallen wir mal bei ihr rein. So. Die letzte Star-Guardian. Neko. Ach was, sie ist auch ein Saucerer? Okay, krass. Ey, bin ich bescheuert? Hier ist doch ne Neko. Aber noch ein hoch geht nicht. Okay. So. 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 Verdammte Hacke. Mann, jetzt hätte ich doch einen Niko noch gebraucht. Toll. Ich bin ja auch komplett boostet. Habe ich meinen Spatula schon benutzt? Ich hoffe nicht. Weil dann hätte ich jetzt sogar acht. Acht! Die ich drauf tun kann. Die ich drauf tun kann. Das ist belastend. Und trotzdem verliere ich so hart. Ja, klar. Also, warum auch nicht? Warum ist jetzt die Poppy draußen? Ach komm, Alter. Als ob Niko... Als ob Niko nicht will. Die will wirklich nicht. Okay, das war wichtig. Okay, das war wichtig. Das zu gewinnen war sehr, sehr wichtig. Also... Also... Ich bin... Ja, okay. Ich bin... Das war wichtig. Das war wichtig. Ich bin... Vielen Dank. Ich begrüße Star Guardian 6. Ist zwar vielleicht jetzt nicht so das Krasseste, aber mal gucken. Ich bin draußen. Ja, gut. Ich denke mal, Star Guardian ist nicht gut. Sorcerer ist noch schlechter. Gut. Haben wir das halt. Ne? Haben wir das halt auch gecheckt jetzt. Bis zur nächsten Folge.